Guck, wir mussten aufeinander warten, damit wir starten dürfen. Wie in Paddle 2. Oh! Oh, Katz-Diener. Oh, geile Grafik. Oh. Alles runtergescaled. Okay. Oh mein Gott. Sehr egal, das ist nicht so leichte Steuerung wie in Daisy auf jeden Fall. Mit der Maus, das ist sehr, sehr hart zu steuern. So, keep your eyes open. Gebt ihr uns noch Tipps, weil das ne Beta ist? Weil ich geh da jetzt einfach rein. Man trennt die Strom sofort zur Schleuse, deaktiviert das Sicherheitssystem. Wissen wir wohin? Wollen wir mal gucken, man kann glaube ich marken so, oder? Mit F? Nein. Das ist keine Cam, wo ist die Cam? Da. Wie markt man denn sonst? Oh, das ist mein Handy. Hä? E. Warte mal, E gedrückt hat? Oh, was mach ich da? Ich hab einfach was in die Hand genommen. E gedrückt hat ist gefährlich. Was ist das? Das ist ne Kamera, das ist ne Kamera, glaube ich, die du an ne Wand werfen kannst. Äh, ja. Ey Leute, ich bin voll verwirrt. Ey, ich check hier gar nix, ne? Geh dir jetzt einfach durch. Komm mit, komm mit. Ich knack hier, ich knack hier, komm her. Ich knack hier jetzt. Pass auf, ich kann mich auch glaube ich hinsetzen. Nein, aber. Doch, ich kann mich auch hinsetzen. Nein, aber. Doch, ich kann mich auch hinsetzen. Ich knack hier. Da wirst du in diesen großen Raum, das macht ja keinen Sinn. Was wollen wir durch hin dann? Ich weiß, aber da, ach, Tauben bist du auch rumgelaufen? Ja. So, gehst du hier hinten rein, oder ist da hinten eingang? Hier ist ein... Warte, Mason, komm mit mir, komm mit mir. Komm mit mir, hier können wir rein. Mason, hier ist Steph only. Hier müssen wir aufpassen, hier können wir rein. Tatsächlich mal rauf. Ah, Kameras sagen dann auch schon. Oh, da ist auch ein Guard, komm, wir müssen schleichen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Doch, doch, Steuerung. Nein, 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 du Bastard. Du kannst ohne Maske schleichen, ich hab doch gar keine auf. Ich hab doch gar keine auf. Ich hab doch gar keine auf. Steuerung, Steuerung, Steuerung. Leute, ich hab ne Maske auf, Leute. Wir verficken jeden Game. Ja, alles gut, ich geh hier raus. Ich kann, du kannst einfach so. Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich wollt's doch gerade sagen, aber du ziehst auf einmal die Maske auf. Ablenkung aktivieren, kann ich hier. Okay. Ey, lol, bei mir ist ein Bulle. Lol. Pick ihn. Das war ja nicht ich. Pick ihn. Ja, wie schlag ich, wie schlag ich? Warum da vorne? Torben hat Probleme. Oh, Torben. Torben hat Probleme, der wird festgenommen. Torben, du bist festgenommen. Lol, ich kann ihn nicht. Machen wir jetzt laut, oder was? Du bist schlag ich, dann schlag ich. Komm doch. Ey. Bei mir leckt alles. Jungs, wie ist in der perfekten Hölle? Schreicht Geisel nieder. Ey. Ich hab ne fuck Weapon, bitch. Ihr leckt alles bei mir. Bei mir auch. Das ist nicht gut optimiert. Wie drück ich die auf den Boden, Leute? Ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht. Menschliches Schild nutzen. Komm her. Willis, wo bist du? Willis, komm mit mir. Hast du ja auch eine geschnappt? Ich knacke safe, Leute. Ich knacke zu safe mit der Geisel in der Hand. Ich knacke zu safe mit der Geisel in der Hand. Ich glaub wir müssen nach vorne für die Verhandlung. Komm, 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 komm. Eine Geisel. Wir müssen verzögern. Ich schmeiß meine raus. Pass auf. Ich mach jetzt RP mit den Basen. Ja, ich knacke kratzer so. Ihr beruhigt euch. Ihr beruhigt euch. Hier sind genug Leute drin, Jungs. Ihr beruhigt euch. Ne? Hier vorne mit dem Schießen. Wollt ihr ne Geisel haben? Hier. Ihr kriegt die. Nehmt sie. Nehmt die Geisel. Ich knacke kratzer so, Jungs. Hat er die Geisel genommen? Hat er nicht. Warum nimmt er die Geisel nicht? Wo müssen wir sonst herbringen? Ja, geil. Aber wir müssen die Geisel irgendwie übergeben. Muss ich näher ran? Warte, ich geh nochmal näher ran. Die sitzt da jetzt einfach. Näher ran noch? Noch näher? Ja, hier. Nehmt. Haha. Ey, ey, ey. Ihr Ohrensöhne. Ihr greift mich einfach ran. Das ist die Polizei aber in Amerika. Man kriegt jetzt was zurück, Alter. Ja, schießt, 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 schießt. Du schießt auf den Zivilisten. Merkst du selber, ne? Merkst du selber gerade, oder? Ist doch verletzt schon in meiner Hand. Merkst du gerade selber, oder? Naja. Ich wollte es sagen. Ich halte das hier vorne, ne? Mit einer Geisel halte ich die ganze Front jetzt. Jo, hör auf zu schießen. Digga, die schießen auf die Geisel, auf mich. Und auf die Geisel. Ich finde es nicht korrekt. Hier, ein Sniper. Sniper, komm. Oben, Alter. Hier auf den Boden quasi. Ich hab den Sniper getötet. Digga, der Swat ist da, Jungs. Ey, die sind drinne. Jungs, der Swat ist da. Ich bin vorne alleine. Ja, ihr wollt Biele, da muss noch ein Bescheid geklappt. Mit dem Maustrad drücken kannst du Leute sagen, dass der sich hinlegen soll. Ach, das ist wohl. Jungs, Jungs, ich muss noch hinten kommen. Hier ist noch einmal Kost bei dir. Ich komm von hinten rein. Die wissen nichts von mir. Haha, ich komm. Ich mach die Tür hinzu. Du kommst hier nicht rum. Setz dich hier. Leg dich hin. Hier ist ne Granate, ne Blattgranate. Oh, ich hab die Geisel so an verloren. Weiter, ich durchsuche weiter. Wir müssen hier unbedingt dokumentieren. Wollt ihr einen Waffenwechsel? Okay, wir wollten einen Waffenwechsel. Ja, kommt her. Bitch, boys. Mit dem Maustrad kannst du hier auch pink setzen. Du setzt dich hin. Digga, oh Digga. Da ist überall was bei uns, Mason. Ja, ich durchsuche gerade. Digga, die Geisel legen sich alle hin. Ich sage nur die ganze Zeit, legt euch hin. Hände fessel. Hände fessel. Den hier nehm ich. Befolgen. Befehlen. Digga, legt nicht hin. Digga, die Kopf, ne? Ihr bringt ja gar kein... Warum treff ich deinen Kopf nicht? Hallo? Ich hab grad einfach Zivikus angeschossen. War kein Problem. Ich hol ja diese Tasche, Jungs. Ich hab hier drei Geiseln. Ich fessel die einfach mal, ja? Ey, Leute, ich bin ganz verwirrt. Kann ich mehrere folgen? Bitte. Man kann mehrere Geisel nehmen, oder? Bitte. Mehr. Gehen drei Geisel. Komm, komm, komm jetzt. Zwei Geisel. Man kann jetzt zwei Geisel nehmen. Hallo, ist voll geil. Und die laufen. Das ist OP, Logan. Das ist komplett geil. Also nicht das ist OP, sondern... Ja, ja, ja. Nee, bei mir ist alles OP gerade. Ich hab grad drei Geisel für uns gesichert. Macht ihr weiter, da? Ich beschütze sie. Bis auf dem Tor. Oh, bis auf dem Tor! Oh, ich saug' den Blatt grad hatte in meine Fresse. Ich muss die Tür zumachen. Die Geisel könnt ihr haben hier unten. Ich brauch' ammo. Hier hinten ist ganz viel ammo. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Pistol brauch. Jungs, wo muss ich denn damit hin? Da hinten. Du kriegst das hin, du kriegst das hin. Ich beschütze die Geisel. Leute, ich weiß nicht, was du dir machst, aber ich mag grad Gaming. Ja, ich auch. Ich schepper' Kops. Wer ist denn hier am Aufsatz? Willst du es hier haben? Nein, ich mach' hier. Ich hack' hier. Ich hack' hier. Jetzt bin ich in der Kamera, hier komm' ich raus. Äh, eh wieder, glaub' ich. Egal, der hat ein Schild. Ich kann nichts machen. Hallo Hilfe. Ich kann die Tür nicht zumachen. Die haben die Tür aufgesprengt. Weg mit dir. Das ist meine Geisel in Frieden. Ach so, der Zermit muss ins Feuer werfen. Jungs, ich hab was geknackt. Ah, hier ist Munition. Halt das hier, ich halt das hier. Alles gut. Oh, äh, hier drüben. Ich kann das Tür nicht mehr zumachen. Die brechen die einfach auf. Der Zermit da reinwerfen. Mann. Meins auch jetzt noch mal. Ja, was seid ihr oben? Seht doch mal, was da steht. Okay, ich komm mal zu mir. Der Zermit ins Feuer. Ja. Oh! Wie ist die Übertragung eigentlich? Eigentlich flüssig, aber so cool. Äh, ja, ich weiß. Ich bin oben, Leute. Leute. Ich komm mit. Das sind zwei Stück. Ja, ich weiß. Warum ist die Zen so low? Ey, bei mir auch. Ist ganz anstrengend. Ich muss richtig kurbeln. Ey, ja. Ich bin so am kurbeln hier. Das ist ja wie ein GTA-Diger bei mir. Was liegt hier? Ach, Gesundheitspack. Was soll ich hier machen? Hier unten ist irgendein Ding, wo man drückt. Und drücken soll. Hahaha. Hat eigentlich für das Fenster gefallen. Hahaha. Hol' mich mal einer, bitte. Oh, man kann scheiße. Ich hab mich selber genaded. Man kann sogar Granaten jetzt auf den Boden werfen. Wollen wirst du da hin? Das wusste ich nicht. Ich sterb gerade, Jungs. Tut mir leid. Ich komm nicht. Ich hab kurz was geaktiviert. Ach. Ich geh runter, ne? Oder du? Dank dir. Der Mate hat geholt. Lol. Ey, du musst das reinschmeißen. Ich werd wieder gehealt oder irgendwas. Wer hielt mich? Schneiden? Lol. Lol, ist das geil. Mason. Komm mir mal zu hier. Guck mir mal zu hier. Nein, nein. Ich kenn das. Voll geil. Um leise rein. Hallo, ihr sterbt doch gar nicht. So voll easy. Guck mal, jetzt kommt gar keiner. Mach das rein jetzt. Die holen unten die Geiseln raus, weil da immer noch welche sind. Hey. Mach das Ding jetzt da rein. Ne, ich hab gerade rausgeguckt. Ja, mach ich. Ne, ich hör mir. Oh. Ich hol mir Leben. Ah, ich geh weg. Warte. Geh hoch wieder. Wo gehst du? Bei mir. Ist mir egal. Boah, Leben. Wo ist das Leben? Ich hab eben Leben gefunden. Oben. Wie kommt man nochmal hoch? Blöden. Hier ist der Feueralarm loben für dich. Den müssen wir gleich interviewen hier. Den hier? Den bei mir. Rote Schlüsselkarte ist benötigt, ne? Sei gut. Ich bin so am Korbel, Leute. Oh, Bull. An unserer Terminklage. Junge, die Helme. Ich komm gar nicht durch. Oh mein Gott. Junge, wir werden hier. Oh mein Gott. Wir werden hier so weggehauen. Da sind noch ein Schilder. Vor mir Schilder. Oh, Bull. Die kommen. Die kommen mal hoch. Was für Watch the Hustages? Die können die mitnehmen. Ist mir doch egal, Alter. Dann kommen wir halt mit mehr Leuten, aber. Ist mir doch egal, Alter. Change on me. Wir gehen jetzt pushen. Finde das Waffenhandling und so supergeil. Hier muss ich sagen. Gefällt mir. Wo ist die Treppe hoch, meisten? Du weißt, wo das ist. Warte. Nein, ich mach grad was. Wo ist die Treppe hoch? Hier bei mir. Wie? Warte. Ich nimm kurz eine Munition. Das ist wichtig. Ah, ich kann auch raus. Die Treppe hoch, oder? Nee. Bei dir ist die Treppe hoch. Alles gut. Ich bin schon um. Aber danke dir. Das ist Sniper. Sniper! Ich hab ein. Hier ist bisher kein anderer auf meinem Arsch. Kein anderer Sniper zu sehen. Jungs, ich krank. Jungs, ich krank. Jungs, haha, haha, haha. Wo ist die Tür denn? Wo ist die Tür denn? Wo ich hier nochmal hier aber. Ist das die richtige? Das geht bei mir. Das ist die richtige. Oh, Treppenhaus Gaming mit dem. Leute, ich muss hierher kommen. Chains ist hier. Ganz schnell zu mir kommen. Ich muss ganz schnell zu mir kommen. Ja, ich komme hin, ich komme hin. Ich brauche aber Leben eigentlich. Ich wollt mir eigentlich leben holen, aber. Ah, ich werd die Überwecke. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier gefangen? Ich muss hier wieder wechseln. Ich muss hier wieder weg. Ich muss hier wieder weg. da sind ja unnötig alles gut ach so chains ist das ich sag gerade im npc das hinter dem gegner ist noch einer hier habe ich keine moment ja die hälfte von den gates aber ich habe immer dabei ja das gut wieso also ich komme mir noch mal auf ich habe geschrien kommt runter du altes nehmen das nicht nehmen das gute ich mache immer das fenster kaputt ja ja ich schmeiße die hier schon mal raus damit wir ich habe den nade rausgeworfen sorry ich habe den nade rausgeworfen nein warte mal wir müssen das geld doch noch mitnehmen hier ist doch noch eine packung ja ich guck kurz wie weit es hier geht wie lange dauert das oh mein gott ist es einfach wie mache ich das mit f oder lehrtas ach mit f lol er ist ja tot easy ich meine oh mein gott geht das schnell wir machen so die schließfächer in einer tour machen wir beschützt uns mal ich bin grad ich bin grad bei snipern ja ist egal ich mache gerade voller hier wir machen gerade schließfächer bei mir so viele haben die die holen wie holt ihr chains chains ist über der ehre mann der ist hier bei mir das ist zwar im fall kackt jetzt wir hören nix wir sind übel im feuergefecht alter aua warum bin ich denn beschossen hallo hier sind cops drin ich treff nix ich treff nix oh alle jungs jungs geldtasche geldtasche noch eine saubere mason bringt was weg man du schaffst das ich werde wieder schloss knackern ich werde wieder stein ich hab da so bock das noch mal stein zu machen soll ich ehrlich das ist das so einfach bestimmen das macht so spaß zu schießen leute ja ich weiß ich place dir mal eine moniktasche ne wow wie geht das sei wieder verkackt so leute ich probier mal die polter zu aktivieren eben hast du nicht so gut geklappt eine habe ich schon leute die sind scheiß okay ich wurde geprügelt oben ich werde verprügeln neben dir auch das neuer cloak er verprügelt mein leben was wird ihm los wie sieht das aus die kommen jetzt hier von oben und ficken mein leben ich stehe genau da wo wir knacken das ist übergefährdend Hilfe, da kommen richtig viele ja dann komm hier rein und hilf uns du musst verteidigen während wir hier den rest holen hier drin ist doch nur ein one way und dann kommen sie von oben noch das ist so gelasert von hinten wieder wo ist denn ich krieg noch so viel schaden meine rüstung ist bald komplett weg nein die kranate ist drinnen was oh die macht mir auch schaden oh wow das ist überall geld drin hier ist nicht mehr so scheiß dokumente und so rot ja gibt wahrscheinlich dann auch nicht so viel ne ja aber das war das war sehr gut von dir gespielt und noch ne tasche fürs team ich renne jetzt zum poller ne ich werde jetzt aber sterben hier noch eine bam ich mach den poller jetzt auch ne ja wir machen den work ich ja so sterben jetzt das ist ein sniper ich töte ihn wir haben leider oh mein Gott oh Klocker was hast du gesagt? nochmal? wenn du dich glatt hast guck mal bitte kurz rein die machen wir uns wahr ne haha doch hab's gemacht leute was soll ich nachgucken nochmal bitte? nehm mal zu guck mal die haben diese polyfaker die haben auch nicht ja das ist nicht so wichtig hier kommt jetzt ein fluchtfahrzeug gleich ich muss irgendwelche poller machen ich bin der der am lowsten ist hier von allen und schafft das hier anscheinend Digga wollen wir ist das weniger wert oder ist das gar nichts mehr wert das geld? ich weiß es nicht sehen wir gleich ja er ist gebrochenes geld bei mir sozusagen woher kommen viele drum oh hallo einer müsste ne zwei müssten noch die ekeltaschen dann rüber bringen oh mein Gott oh da oh die seilen sich komplett ab schnell die weg haha Digga kann einer von euch Chains zu sich holen? das sind Schweine das sind Schweine kann einer mittlere Maustaste auf Chains machen bitte und ihn zu sich holen weil der läuft der soll mit ins Knallen kommen ja er sind eine Tasche liegt da noch deswegen er hat doch ne tolle oben bring ihn rüber bring ihn rüber ich lade hier raus oh mein Gott ich mach das lauf 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 wir sollen laufen ok wir laufen ja wir wegbringen es ist nur noch eine ich hab alles Digga Chains hast du nicht mal irgendwas gesagt? der kommt mit mir machen wir so Digga den Kopf stehen jetzt vor unseren ganzen Geldtaschen hier ne? oh das sind das sind die Militärs ja da bin ich ja mal gespannt wie die sterben Sniper Sniper? wie heil ich mich selber? Sniper was? äh weiß ich nicht ich kann mich auch nicht heilen anscheinend man kann durch Bäume nicht durchschießen oh mein Gott Hilfe ey ne ich schaff das nicht ich sterbe jetzt ja ich auch ich brauch hier irgendwen der mir hilft ich hab die fette Tropfen ich hab nur ne Pistole ein Taser ist sogar vor mir oh mein Gott ich hab gleich keine Ammo mehr wenns weiter geht ich hab halt keine Rüstung die geht halt weg man kann nicht mehr ich lauf kurz durch man kann halt nicht mehr alles wiederholen von oh ne der egal hier erstmal nach vorne move dass wir an dieser au meine Rüstung ist komplett weg ja ich sterb hier grade Digga ich hab mir ne Ammo Case hier gelegt aber nicht mal ein bisschen auf Erie herumklein aber ich darf nichts von O denn Digga okay alles easy wie an der Tasche ja da kommen wir doch hier runter rechts von dir keiner von den Toten oh ich will MPs auf jeden Fall haben oh ich hab die ganzen Jungs wegkommen aber kannst du ja perfekt was Chains der liegt oh ich hab nur noch Pistole Pistole Gaming oh ich hab kein Leben mehr ey ich sterb gleich ich hab kein HP mehr gar nichts Digga du stirbst jetzt hier bitte alter ich muss hier Ammo holen ich hab die OP Digga es ist doch auch viel zu lange sind wir schon hier und wir haben anscheinend nur ey ich bin gleich tot seht ihr mein Leben ja guck mich an ja ich hab weniger ich gewinne ey ich werf euch mal ne Nate dahin eher zu dir boom ich bin tot weil ich wurde von dem anderen neben mir getötet ey Digga ich bin tot ja hier was mein ich ja also ei 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 können wir Neustartabstimmung geil schnell 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 Neustartabstimmung Neustartabstimmung äh ja hab ich abgestimmt musst du Escape drücken und Neustartabstimmung drücken ja ja sehr gut GG Leute jetzt haben wir auf jeden Fall müssen wir mehr Sachen jetzt versuchen wir es mal leise wie leise wie würdest du das machen ohne Schalldämpfer ich hab nen Schalldämpfer jeder hat nen Schalldämpfer wenn er schlauer bei uns in die Ausstattung geguckt hat ja 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 hä Cap naja deswegen zeig ich dir gleich mal nen Schalldämpfer was für Cap jeder hat jeder hat ja 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 dann bist du ich will trotzdem beide Möglichkeiten sehen halt zusammen geht's und ich kann's noch heute spielen also spielen wir sowieso nochmal jetzt und gucken was selbst wenn's dann schief läuft sind wir doch eh laut also hä leise geht doch immer am Anfang aber zum Ausbruch ich entscheid einfach ja hä lol ich schon ist doch egal dann schießt halt nicht dann sammelst du halt den Müll ein so und du kannst dich hinsetzen ne ohne Maske ja ich stell mir das auch mal kurz was um und du kannst Kameras hacken irgendwie wenn du's dabei hast ich weiß aber nicht wie also mit der E irgendwie mit deinem mit deinem Handy was du drückst aber das geht nicht für mich ne das ist ne Kamera die dir irgendwo ne mit die Kamera die dir wo ach das ist die Kamera von E ja hast du noch ich verstehe ja komm wir machen wir Steffa Only wieder auf und gehen ja mal ein bisschen besichtigen rechts oder gehst du links ok du gehst links dann geh ich rechts was hab ich kurz angepingt alles gut bin aber drin wie ping ich jetzt die Leute warte mal äh weiß ich nicht warum meinst du auf Mausrad irgendwie Mausrad drücken kannst du pingen ah und du kannst du mit wenn du Leute anguckst die niederschreien und auch markieren ah lol man kann immer markieren ähm ist das frech guck mal ah kann immer markieren die kann ich für ne Ablenkung sorgen aber was bringt es mir am Ende des Tages ich weiß noch nicht mal wo ich hier hin muss was ich hier genau tun muss aufschließen ich hab einen Schlüssel gehabt aus der Kur und wie äh drückt man die nach unten auch mit dann einfach drücken auch platziere ich einfach aufgucken und mit mittlere Maustaste ist das Schreien jetzt sozusagen für alles äh dann schreist du die auf den Boden dann gehst du hin und dann kannst du die Hände festen aber die ist ja überall ein Civilian Digga kann man irgendwie auch die Civilians hier weg ne die Civilians haben ja nichts gegen mich oder die hier nicht arbeiten obwohl es ein Private Area ich denke schon dass die Probleme mit mir haben werden ich hab hier ja hier auf meiner Seite sind halt sozusagen zwei Guards ne der hat kein Problem mit mir hier knacken da sitzt einer drin bei mir knacken ist vielleicht ein bisschen die erkennt mich instant oh ich hab's geschafft aber die erkennt mich instant Digga oi 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 sind die gut jetzt die Camps Gaming Move äh ja das Ding ist ich will eigentlich knacken aber oh du bist ja kein Problem ne du arbeitest hier nur und denkst du ich bin neuer Mitarbeiter oder so jetzt kann ich nur nicht knacken kann ich an der, an der Camp kann ich nichts machen watch the more from god dude ach man sie hört das auch richtig wie sie sich bewegt ich bin den Chat voll nervig übrigens hier ist der Meeting Room hier ist ein Meeting Room bei mir ich bin da mal kurz drin ich kann oh Akten durchsuchen das ist aber auffällig sagt er mir wenn da einer hinguckt bin ich fag yo nice Digi ja also mich haben sie warte bitte lass den auf den Boden gehen bitte bitte ich kann ihn nicht anschreien ich kann ihn nicht anschreien ok also Masken Gaming Masken Gaming ja ok so Meeting Raum bleibt hier einmal zu machen ich guck mir diese Dokumente einmal an hier hey 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 wer schießt hier auf mich wer schießt hier auf mich wer hier eure Dokumente angucken ok ok ich knack dann wieder ok ich knack dann wieder ja ich werd vorne den Geisel-Austausch diesmal vernünftig machen damit wir mehr Zeit haben dann könnt ihr drin worken ich merke auf mich knallt einer Leute findet das Schließfach das Manager achso ich sammle grad die Missionssachen hier auch noch warte die optionalen ey der knallt mich ich kann in diesen Sicht nicht rauskommen ne einer muss von mir kommen warte ich komme da ist er hier hä wer denn er hier ja irgendwer halt in meiner Nähe was machst du denn da knacken achso ja die sind alle hier die Cops wollen wir nen Cop eintauschen ich tausche nen Cop ein vielleicht gibt er mehr Geisel gegen Zeit eintauschen komm mit Bitch wir gehen los ich hoffe ich komme noch pünktlich vorne an dann müsst ihr gehen das ist so verpackt Digger Herr Officer Herr Officer wollen sie nach Hause there is nothing precious you can do about it so heute die Geisel wie Angriff steht bevor aber ich versteh das halt nicht ich schmeiß denen meine Geisel raus und dann wollen die direkt angreifen Digger wie macht man das denn richtig F ich hab F zum Geisel Austausch dann geh ich hin versuch dann wieder F zu machen dann will er nicht dann schmeiß ich sie denen hin dann rasten sie aus aber du bist hier in dem Manager Büro oder alles durchsuchen ich mach jetzt meine Digger hast du geschrien ah ok ne das war der andere der gar nicht geschrien hat ich geh mal woanders hin ich weiß nicht ich wüsste wo ich das mache ne Mausenfindlichkeit oh kopf ne bei euch kann ich ja Pisteln sonst ist es viel entspannter oh 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 von der Seite einfach was ist hier ich mach ja in Nahkampf gibt das überhaupt äh x ne x ne x werfe ich meinen Ammo-Crate scheiße das liegt hier egal mach ich nix seh nicht V V ist Nahkampf dachte es mir da oh ich like am Nahkampf ist unfair hallo ist unfair drei Schüsse waren in der Pistel und ich hab nen Apenschein etwa drauf wie du hörst du ich bin auch eins ist noch unten ja ja ok bei wo au Sniper auf dich hier ja 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 ich mach kurz movement mit der Pistel kann ich nicht treffen ah ich hab ihn warte mal wo ach da liegt das hinter ist noch ein Sniper ui ui beruhig warte mal wo da oben mit dir Sniper has been taken out der Geil geht sogar nicht runter what the fuck hey mach nochmal andere Seite LOL schlag ihn mit V zur Note ich hol das andere ne und ich guck wegen Feuer ja ich hab das andere ja den Geiser austauschen muss ich nochmal üben dann müssen wir gucken wie das genau wird ach so das kleine menschlicher Schiff steht der die Geiser hier auch mein Scheiß so aktiviert die Sprinkler ja ist aus ja ok gib mehr Thermit ins Feuer habe ich schon einmal und was war noch verhindert das Bild seinen Feueralarm auslöst ja ok das ist schwierig optional das Schließfach des Managers ich weiß wo der ist glaube ich warte mal ich hab mir grad alles geplant hier gehts ja nochmal runter warte mal was ach hier es kann nicht aufgeschlossen werden nur mit Red Key Card liegt wahrscheinlich keine hier ist wahrscheinlich beim Manager ich geh eigentlich nur runter wieder der ist dieser eine Scheißraum den ich immer nicht als Trapper erkenne der hier ne das ist Security warte mal andere Seite meine Güte ah hier wieder äh oben 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 einer muss mit Manager's Office ja da waren wir doch da hier ist doch die Red Key Card Gaming ich hab die Red Key Card einer muss hoch noch einmal Dings da ich kann hier auch runter klatschen ich klatsche hier immer runter ja aber welches Versteckte schließfach denn bitte hat der hier eins noch ne 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 eigentlich nicht ok ja dann keine Ahnung dann geh ich jetzt zum Key Card Room ne ich hab Red Key Card gucken ob wir den Lapshaus rauskriegen hinlegen leg dich schon mal hin so und aufmachen lass mich rein was hier drin hier ist Wixia steht hier auf nem PC braucht man das für Stealth oder was hier kann ich nämlich nichts machen oder oh Hätte ich machen können hm super also hier durchzulaufen ist wirklich die Zivis wir sagen gar nicht sind nur die Guards aber noch und man kann hier trotzdem durchlaufen ja da war ich einfach mal geschlossen und dann muss man da Feuer rein machen ne oh da kannst du auch fesseln naja ich kann nicht schlagen wieso oh ich kann nicht schlagen weil ich irgendwie gestunt bin oder sowas ja ja weißt du so Ammo-Kid liegt nur an der Treppe hier jetzt einer braucht aber findet das wo ist das Hidden Schließfach von dem muss ja hier oben in nem Raum sein ich war im Manager Office da ist es nicht wir müssen auch dann gemeinsam oh mein Gott ich will ein Hidden Schließfach finden dicker same number in the vault hä doch das war's hä toll das ist doch richtig ja du hast ne number gefunden hä ich hab hier auch was gehört ja das war ne Schließfachnummer wo noch was anderes drin ist was extra gibt wenn wir das vorher machen ja das war ne Blendung hey hat aufgeschaut meine Güte stell dir vor du fährst durch die Stadt isst ne Eisdäger und dann knallt dir einer die ganze Bank weg äh oah jetzt war mein Arsch genau du vielleicht die ATMs dann irgendwie ja bestimmt auslegen oder so ich hab ein paar Sons du hast hier vorne noch am Schalter gewesen bei mir mal Wir müssen dann zu dritt reinspringen und auf jeden Gate-Ding ist so eine Farb-Dings da, genau. Wir müssen jetzt gleichzeitig reinspringen und überall drücken. Was müsst ihr machen? Wir müssen mal hochkommen. Ja, warte, ich hab hier gerade den Forum und das Geld mitgenommen. Er geht runter, wir müssen runter, wir müssen runter. Er ist schon unten. Torben, komm mit. Wir müssen schnell bei jedem Gate jetzt aufspringsen. Ich mach jetzt hier auf. So, ist fast offen. Warte, warte, warte. Das ist toll, ich hab jetzt offen. Once the door opens, nicht die Tür öffnen. Ja, alles gut, alles gut. Ich hab nur gehackt, ey. Leg dich hin. Für diese Tante, weil ich gerade auf jeden Fall war. Leg dich hin. Also kann ich reinspringen jetzt? Leg dich hin da hinten. Leg dich hin. Ich werde euch alle jetzt festnehmen, weil ihr nicht auf mich hört. Nein, ich bin ein menschliches Schild gleich mit. Ich nehm jetzt gleich, dass mein Kopf fest. Wie die hier sitzen und sich die Hände festen lassen. So länger wir warten, desto mehr kommen, ne? Äh, ich hab mal ne Frage. Habt ihr ne gewisse Anzahl an Festnahmen? Weil ich hab jetzt schon sechs oder so festgenommen und sind wir noch nicht zu Ende? Und ich hab keinen Zähler irgendwo? Woran sieht man, dass man... Oh ja, woran sieht man, dass man noch eh hat? Weißt du? Ja, hab aber wahrscheinlich unendlich da. Keine Zähler quasi. So, wenn laut ist vielleicht, ja? Ist ja hilfreich. Oh, ich hänge fest. Ich mach die gerade aus. Ich hänge fest. Das hier ist übrigens das... Denkst du, soll ich das mal aufmachen? Oder können wir noch nicht? Doch, ne? Robben hängt fest. Hey, warum chillt ihr? Was passiert hier gerade? Robben hängt fest. Achso. Äh, ich mach jetzt... Äh, wieso? Ach, weil der da hochgesprungen ist. So, du. So, dann musst du aber erst ein bisschen sterben, glaube ich, oder? Der sagt, ich kann nicht aufstehen, aber ich schwere. Ich hab die optionale fertig. Ja. Oh mein Gott. Oh, hier ist ja noch mehr. Schießen die gegen Chains, oder? Da muss der Nade rein, oder? Oh, der hat sich geblockt, glaube ich. Oh, der liegt in der Tür. Der, egal. Nee. Okay. Hab trotzdem gut gehittet. Oh. Oh, ich hab's geschafft. Hast du? Ne? Wir können jetzt, äh, uns rein. Hä? Du hängst bei mir da noch drin, ne? Ich bin raus. Ah, okay. Du hängst bei uns da immer noch drin. Ja, dann müssen wir jetzt weitermachen mit Ghost Storm. Ja, ich mach hier die Schließwäsche jetzt schon mal. Macht ihr da weiter, oder? Wird immer schlimmer. Einer drauf gemacht. Die Fahrpatronen entschärfen wir es hier. Ja. Ich hab vier. Leck. Der Rest bleibt jetzt. Oh mein Gott. Ja, Digga, die stürmen mich auf einmal komplett. Ja, ist egal. Nimm mal so viel. Du kannst jetzt, wenn wir sie einmal rauskommen. Der da ist ekelevt, ekelevt, die nicht. Okay. Nur die. Nur die guten? Nee, wir nehmen wieder alle mit einfach. Aber erst mal die guten. Oh, das ist eine Granate. Yo, die Granate hat mir drin sogar lebend gezogen. Das ist eine Scheiße. So. Ja. Warte mal. Meine Wachen sind so, als hätte ich sie da hinten. Oh mein Gott. Ja, ja. Wenn ich die Packs mehr versuche, dann ist sie da hinten, wo ich war. Hallo, wir müssen jetzt bitte transportieren. Ich kann keine Packs nehmen, glaube ich. Ja, ist egal. Dann knallst du rein. Wenn du knallen kannst. Ja, das ist so, als wäre ich immer da an der Nähe. Also ich kann keine Packs nehmen. Äh, Cloca. Bei mir. Oh, ab ihn. Was legt ihr hier, Panzerung auffüllen? Hallo, könnt ihr mal eure Panzerung hier auffüllen an dem Berg, was Chains für uns hingelegt hat, glaube ich? Oder wer hat das hingelegt? Ich glaube, Ketten war das. Ja, dann mach ich schon mal nach vorne diese Sachen. Ja, ja, ich komm mit gleich. Aber obwohl, soll ich aufknacken oder knackt Torben gerade irgendwo? Ich sehe ihn ja nicht. Ja, wollen wir nicht aufknacken ein bisschen drauf? Scheiße. Ja, lass einfach das Geld das mal nehmen, oder? Ja, weil wir müssen das nach vorne movemen hier. Ich mach jetzt hier schnell die Dinger. Oh, Tom ist entbackt, oder? Ne. Doch, Tom ist entbackt. Ich sehe ihn. Ihr müsst ja zu mir jetzt hier movemen, ne? Äh, habt ihr eure Panzerung jetzt auch gefüllt, oder nicht? Ja, ich wollte nicht. Ich wollte mich fast mehr. Ah, okay. Ah, ich riebe ihn mitlaufen. Ja, ich transportiere es wieder an die Ecke hier vorne, ne? Hier, erstmal die guten Säcke, ja. Ich hatte die Overkillfähigkeit, hätte ich mit zwischenmich aktivieren können. Da ist schon wieder ein Glocke. Ah, genau gesehen, du Loser. Oh, er hat mich direkt umgekickt, Digga. Da hab ich ja gar keine Hilfe rufen, das ist ja süß. Danke, Chains. Bruder, ist das dumm. Das sind so viele hier, Digga. Ich habe gerade nur bei euch, da kann ich die Dinger weiter nach vorne bringen, wenn ich mich... Chains, nimm es! Danke. Oh, Junge, kann einer bitte Chains rufen? Der hängt bei mir rum. Der bringt mir hier hinten nichts. Nein, nein. Pass auf, hinter dir. Nein. Ihr habt halt Chains auch gar nicht dabei. Oh mein Gott. Keine Muni mehr. Ja, ich schon. Hab die genaded da hinten. Die D weg. Hast du noch auf X ein Muni-Bag, was du legen kannst? Wenn nicht, dann liegt da vorne und im Treppenhaus eins. Ja, ich hab uns gelegt, ich hab uns gelegt. Ah, easy. Nimm dir aber ein Bag mit oder so dann, ne? Nein, nein. Gar nicht gut, Tobi. Ja, mehr. Und mir kommen wieder welche. Oh, Snable? Was ist das? Snable? So. Dicker, was zur Hölle, bro? Kill confirmed on the motherfuckin' Cloaker. Oh ja. Ich bin gleich unterwegs. Ich hab, ich hol die letzte Tasche halt. Die noch eingefärbt ist. Ich bin unterwegs. Ne, warte, ammo. Ich lauf jetzt los. Warte, ammo aufhört. Und los. Bam. Unterwegs, 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 unterwegs. Mir kommen jetzt auch wieder Cloaker und sowas. Leck meine Eier. Liegt ihr auf dem Boden? Liegt ein Healing-Kid auf dem Boden? Hier, Gesundheit auffällen. Einer hat irgendein Medic hat eins fallen lassen, oder das? Oder Chains, klar. Ich move mal vor in der Zeit, ne? Jetzt kommt nichts. Ja, ja. Ich knall hier. Das ist nicht weit, das ist nicht weit. Ich krieg gut Schaden. Soll ich durch den ganzen Kanal mehr aufhören geholen oder was? Komm mal. Okay, kurz. Oh, der Geil, ich kann nicht. Jetzt. Oh mein Gott. Die ziehen mir ganz schön viel Rüstung in kurzer Zeit. Das ist mein Problem. Sehr gern. Lol, ich hab seine Granate getroffen, er ist explodiert. Granatwerfer. Granatwerfer Gaming. Sniper zurück. Oh, ich hab ne Granate geworfen. Ich wollte eigentlich das Ding da reinwerfen, aber dann ist es ne Granate geworden. Du hast muss den anderen Ball auch machen, ne? Ich renne hin. Mach mal. Ich muss gar nichts, ich kann die da schon reinwerfen. Ja, irgendwer hat Gaming gemacht. Achso, du bist. 100% zum Abhauen. Okay, weiter. Hier ist nochmal Panzer, wo ich gerade sehe. Okay, hier ist auch nochmal Ammo, easy. Das ist das letzte, ne? Ja, Unchainsort 9. Oh mein Gott, mach ich da. Oh, Dallas is going down. Schneit? Oh, ich werde auch geschneit. Oh, ja, ich seh ihn. Ich muss ihn kurz wegmachen. Erste, der. Oh, ich bulldoze nach links. Oh mein Gott, der geht so auf mich drauf, Digga. Ich krieg sein Gesicht nicht gerüstet, Hanno. Oha. Der hält ordentlich auf. Können wir das rein? Jetzt können wir abbauen, ne? Wir können abbauen, ne? Wer steht denn da hinten, Digga? Was macht denn der da? Warum ist das so ein Zielding? Siehst du das? Hör auf, Junge, er hat mein Muni-Ding kaputt gemacht. Rein, müssen rein. Ja, ich komme. Bitch, 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 bitch. In der Luft nachladen, so sehe ich das. Ach, man kann jetzt wen zurücklassen, glaube ich, kann das sein. Ich war Torbos, man zu sagen. Ja, ja, aber ich meine, trotzdem, weil das ist ein Timer, der abläuft. Ich glaube, man kann wen zurücklassen. So gut gezockt, Jungs. Moritz ist halt, wenn wir ihn so liegen gelassen. 500k, gestohlen, guck mal, zwei fehlen und so, ey. Ich glaube, die beiden waren nur kacke, ne? Waren nur zwei scheiß Dinger diesmal. Ja, heißt, einer ist nicht mit reingegangen, ne? Ja, das hast du, glaube ich. Du hast es nicht mit reingegangen. Und Torben hat gewagt, ja, wegen Dings, ähm, sag schon. Äh, ne? Hier, man muss die sehenden Dinger ja entschärfen da. Ja. Und ich glaube, Torben war, ich weiß nicht was, Torben war, glaube ich, auch mit drin, aber er redet auch nicht. Weiß ich nicht. Oder was du magst? Ja, wir sind ein paar Level auf, aber ich sag dir ehrlich, geht's, Daddy? Hallo, nein, Leute, noch einmal. Noch einmal? Nein, ich hab irgendwas gekauft, scheiße. Aber es ist halt immer dasselbe, deswegen, dann wenden noch einen schnellen Zock, aber dann will ich mal mehr Ausstattung kaufen. Hä, kann ich mir keine neuen Knacken gucken, hä? Dann mittleres Schutzfutter, danke schön, hab ich jetzt schon mal. Hä, die Waffe hab ich doch, hä? Ich hab die Signature 40 und dann gehst du auf Anpassen und dann hab ich den Schalter im Formen. Ja, hab ich schon. Ich kaufe mir jetzt hier Aufsätze. Leute, wie geht der Rollplay? Hier, Express. Jetzt. Voll wie Scheiße, ey, ey. Wie Scheiße. Ja, warum kann ich das jetzt nicht leveln, du Bastard? Ach so, weil ich die Waffe leveln muss. Dumme. Leute, wir können nicht mehr zocken. Leute, will einer seine... So, ich mal Panzer verschieben. So, Leute, ich hab... Ey, das ist... Ey, ich hab mir nicht klar mit diesem Menü, ne? Sorry. Ich drücke die ganze Zeit dieselben Sachen. Guck mal, das ist ein Shotgun. Nein, hey, lol. Rainfield, 880. Jeder mehr, jeder von der Hälfte... Was? Munition oder was? Gelevelt. So, Leute. Leute. Was kann ich mir jetzt noch kaufen hier? Was ist diese... Oh, Overkill-Waffe eigentlich? Oh, oh. Ja, die kannst du dir auch heulen lassen. Hab ja, die eben gerade gehabt. Granatwärter. Hey, lol, cool. Lol. Wo kann man jetzt... Farbe? Ich kaufe mir Farbe. Und jetzt? Ich verstehe das hier nicht, Leute. Ich verstehe das alles, was denn? Ich verstehe, egal. Ich kaufe mir jetzt den Jogginganzug. Gleich mir. Ich verstehe das jetzt auch. Jeden Move, gerade. Mein Kaufsachen kann ich benutzen. Ja, warum machst du denn da so Sachen? Wo kann ich jetzt mit ein Scheiß-Schockiner-Ding zu nehmen? So. Beta-Geld gut angelegt. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Irgendwann eine Waffe. Ich kann den einfach nochmal kaufen. Mach mal. Nein, hey, lol. Griff. Nein. Kann ich nichts kaufen für das Scheiß-Ding? Ich habe wohl ein Visier, oder nicht? Das ist ja wohl drin. Ja. Ein Red Dot. Oder ein taktisches. Nee, ein Red Dot. Danke. Was ist hier noch? Ich habe hier nichts. Gib mir das. Bisschen mehr Stubby. Bisschen mehr Handhabung. Dumm. Weiter geht's. Dumm. Ah, lol. Lol. Leute. Was denn? Meine Waffe ist pink. Das ist falsch. Ich schwöre. Das ist falscher Ehrgeiz, aber glaube ich. Nein, hä? Voll cool. Anfinden. Leute, ihr versteht den Grind noch nicht. Achso. Aussehen. Und jetzt. Basis. Und die mache ich jetzt. Die sind so schön. Kaufen. Ah, ich habe einen Krampf. Aua. Oh, Hilfe. Jetzt. Ey, das ist so verbuggt. Sorry, der Anwind. Achso. Achso. Jetzt verstehe ich. Okay, und was noch? Nee. Und auch tatsächlich nee. Okay. So, Leute. Ich habe jetzt ganz viel Geld ausgegeben. Wir können weiter scheppern. Du auch. Gibt es auch noch ein bisschen was ausgerutscht? Warte. Aber ich habe noch 480.000. Ich glaube, ich kaufe mir eine Pumpgun. Einfach so, um sie zu haben. Ich auch. Ich habe sie auch gekauft. Ich werde sie nicht mal nutzen jetzt. Hey, wir können uns Vorteile kaufen, Leute. Ich kaufe mal Vorteile. Da steht da aktuell. Mhm. Und wo kann man die Vorteile jetzt anwenden? In der Form Map. Ja, aber ich habe sie hier einfach ohne was zu suchen gekauft. Was hast du gekauft? Was? Wie? Was sind Vorteile, die du bei Payday vor der Hauptfrage gehst? Nein, ich weiß, was sie machen. Hör mal zu, großer. Ja. Die Frage ist nur, wo wähle ich die dann aus? Äh, in deinen Fähigkeitspunkten. Nein, nicht die Vorteile. Guck mal. Ich habe mir so einen Monitaschen und sowas gekauft. Ist ja auch so egal. Achso, bei Ausstattung. Bei Ausstattung dann Einsatzobjekt und Wurfobjekt oder was? Nein, guck mal, warte mal, wo habe ich das jetzt eben gefunden? Das Gadget oder was? Nee, hä? Nee. Achso. Beim Händler ganz unten. Beim Händler ganz unten. Ja, ich brauche den Händler. Vorteile, Monitärstasche. Das habe ich alles einmal gekauft. Aber warum fragen man sich dann doch, oder? Nein, kann man nicht. Weil wenn ich jetzt auf Ausstattung gehe, guck auf Einsatzobjekt, also ich habe die Sanitätstasche und so eigentlich. Ja, das sind die Vorteile, glaube ich, die Leute, wenn man die Vorteile gekauft hat, die man vor einer Missy kannst, die auswählen. Achso, ja. Oh mein Gott, Leute. Wie die Sanitätstasche, die Panzerungstasche und Monitasche, die dann auch vom Web rumliegen wurde. Man kann ganz verrücktes Gaming machen, ne? Ja, du bist so toll, Leute. So, warte mal. Den hier nehme ich. Oh, das ist so toll. Was? Das ist so toll. Ich mache hier gerade ganz verrückte Sachen. Kann ich davon sagen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liebe das Spiel jetzt schon. Wann kommt das raus? Zwei Jahren? Weiß ich nicht. Später dieses Jahr eigentlich. Aber bei der verschoben. Ich mache mir gerade ein ganz krasses Outlook, Leute. Kaufen. So, jetzt kann ich hier Escape drücken. Escape. Und jetzt kann ich doch hier irgendwo. Ich mache die beiden einfach so. Ich habe meine Vorteile jetzt auch. Anzüge. Oh mein Gott, fresh. Fresh. Warum ist meine Maske hier? Ja. Ey, ich sehe so cool aus, Leute. Okay, ich würde ganz kurz eine rauchen und dann gehe ich weiter. Selten. Okay, ja. Geil. Warte, ne? Jo. Also das Handling gefällt mir auch krass in dem Spiel von den Waffen. Das stimmt. Muss ich sagen. Das macht Spaß. Aber bei mir ist es noch nicht so. Es fühlt sich immer noch so an, wie so Modder-Spiele. Jetzt weiß ich, was ich meine. Die Beta. Das fühlt sich immer noch an, weil Unreal Engine 4 wurde damals immer für so eigene, für so Dragon Ball Games und Naruto Games und so. Wurden ja selber gemoddet. Und so fühlt sich das so ein bisschen an, als wenn das noch in so einer Phase wären. Das ist halt voll scheiße. Also kein eigenes Gefühl außerhalb der Engine kommt. Aber ich hoffe, dass es noch mehr wird. Ich bin noch nicht fertig. Dann haben wir dann wahrscheinlich eine Spritztour, oder? 21. September soll es rauskommen. Das ist ne Lüge. Weißt du selber. Es gibt aber auch wenig Räuber und so am Anfang. Das weiß man ja schon. Short Period wird man da richtig Fun dran haben, glaube ich dann. Aber die werden jetzt wieder übelste Surface Game draus machen. Immer wieder was nachliefern, nachliefern, nachliefern die ganze Zeit. Ich hoffe einfach, dass es gut wird. Und dieser bisher das laute Gameplay macht Bock, weil die sind nicht mehr so diese, ja, die sich laufen nur geradeaus in Kugeln-Bots, so wenn die ne Richtung haben, sondern jetzt sind es tatsächlich so welche, die dodgen so und wollen dich dann angreifen und sonst steht Ja, das habe ich noch nicht gesehen, süß da. Die Cloaker verstecken sich vor dir, die hörst du erst gar nicht. Die laufen halt vor dir halt an, so Autos ran und so und legen sich dann neben und so. Ey, die dumm. Und sobald du halt da rumgucken willst, um diese Ecke laufen, sprinten die halt los, ne, sofort. Wie sie sich sagen. Die Bulldozer haben jetzt ein richtig fettes Maschinengewerbe. Mit, keine Ahnung, was ist das Alter, 150er Mac da drunter? Bis dahin. 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 Durch Gaming betreiben, hallo! Das ist schön, in DC muss man nicht warten. So, warte mal, ich muss mal kurz was googeln. Und eine ganze kleine Googlung zwischendrücken. Achso, ähm... Die sind ja eh lange online. Da können wir auch gleich das Ticket bearbeiten lassen. Sollte man dann manchmal... So, was weiß ich, Support-Ticket? General-Ticket. Für... Für den Ferien der Ward rein, so. Ja, ja. Kannst schon mal vorbereiten halt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Super. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, okay. Ja, natürlich, wenn ich in ein Game spielen will, will ich gegen ein Game spielen ... nicht 30 Jahre in der Lobby rumprobieren, das Game 20 mal schließen und wieder starten ... Nur um es dann mal kurz zu spielen. Ja, ja. Ja, ja. Haha. Tut mir leid, wenn ich ne Beta rausbringe, sollte es das funktionieren. Da ... vielleicht sagen wir mal Battlefield 2 äh ... und Battlefield 3 bei bzw. Hatte vielleicht ihre Bugs drin, aber wenigstens konntest du spielen, wenn du spielen wolltest. Das ist erstmal das Wichtigste, was du machen sollst. Andere Spieler sind dann vielleicht immer noch was anderes, aber du noch nicht mehr verfickst nochmal mit deinen Freunden so und kannst dann, ja. Na? Na, Moment. Und wieso sagt er mir, ich muss schon wieder 93 neue Sachen updaten? Weil sie sich schon wieder ein Fix haben sie eben gerade geschrieben. Ja, ich get's, Daisy, ne? Ja, ja. Ich muss hier spät aufgeschwissen, Alter. Mach das Intimate. So. Ja, ja, ja. Ich muss... Vorhin sagte Update Pending, aber er legt nicht gerade. Ja, dann musst du halt immer wieder neu starten und verifizieren. Move machen. Ey Leute, ich zieh euch mal, okay? Ich zieh euch mal. Hier gibt es ein bisschen. So.